Es geht ab, Freunde. Willkommen zu einem neuen Horror-Game. Heute werde ich Kiosk-Window spielen. Draußen ist es am regnen. Es ist 07.30 Uhr. Und wir gehen rein! Wir befinden uns gerade im 1-Woche-Stream. Kommt gerne vorbei. Wir sammeln auch Spenden für Palästina und Kurdistan. Also wenn ihr Lust habt, 1 Euro oder 2 Euro. Könnt ihr da lassen. Link zu den Spenden ist auch unten in der Beschreibung. Das heißt, ihr könnt auch spenden, ohne ins Stream zu kommen. Okay, das ist mein Laden. Warum ist es dunkler geworden? Das klingelt direkt. Hallo? Hallo? Hey, Kind. Ich bin kein Kind, okay? Es ist Michael, dein Boss. Ich bin doch ein Kind. Ich wollte nur sagen, Glückwunsch auf deinem ersten Tag hier. Der letzte Mann hat nicht sehr lange dauert, aber ich hoffe, dass du es. Er war ein paar Paranormale-Aktivitäten in der Umgebung. Und ein Tag hat er einfach zu arbeiten. Okay, das heißt, der letzte Mitarbeiter ist einfach verschwunden. Und er hat nie was von ihm gehört. Und er hat sogar Notizen zurückgelassen. Bruder, er wurde ermordet. Es ist obvious. Der letzte Mitarbeiter wurde ermordet. Ignoriert die einfach. Wenn er steht, rennt weg, soll ich ihn ignorieren, oder? Wenn du Hilfe brauchst, mit einer Rezepte, kannst du sie in unserem Kühlschrank auf der Tafel checken. Und wenn du irgendwelche Ingedienste brauchst, gibt es immer noch mehr in der Stärkung. Okay, ja, ich check's. Das sind die Rezepte. Bruder, was sind das so Rezepte? Cut. The bun. Ich cutte das Fleisch. Hä? Wie ist das direkt einer? Hi. Hi. didn't see you around here. You must be the new guy. Yes, yes, yes. I'm the new guy. I don't usually go alone at night like this, but I'm hungry. Ja. Hungrig, kann ich verstehen. Ja, auch ein bisschen. Can I get one plain hot dog, please? Ein hot dog einfach, oder? Muss ich es hier anmachen, oder so? Kann ich mir den Grill anmachen. Vielleicht ist der Grill auch einfach mal an. Machen wir hier so einfach. Schmeißen wir einen hot dog drauf. Wo sind die hot dogs? Wo sind die hot dogs? Ah, hier. Muss ich das nicht auftauen lassen, erst mal? Ups. So. Schön die Tür zu auch. Ein hot dog. Ups. So, wir brauchen vielleicht so ein Messer, um das so aufzuschneiden. Ähm. Ja. Hm. Hm. Ähm. Gucken Sie mal da hinten hin. Ich schwöre auf alles, da hat sich irgendwas bewegt. Hören Sie auf mich anzugucken, bitte. Man, Digga. Wie soll ich die denn auf den Tisch packen? Ah, scheiß drauf. Sie hat nichts gesehen. Einfach ein hot dog ohne Brötchen, oder? Ah, ne. Zum hot dog gehören ja auch Brötchen. Dann packen wir das schon mal hier hin. Ah, müssen die so schwarz? Mögen sie gern schwarze hot dogs? Ha, das passt. Ich weiß nicht, ob das zu lange ist. Ist das zu schwarz? Kann man auch essen eigentlich, oder? Ja. Ticke. Ähm, dann noch ein bisschen Salat, maybe. Schneiden dazu. Ach, passt schon. Warte, warte, da. Das ist noch nicht ganz fertig. Ich mache persönlich auch selber immer noch ein bisschen. Ähm. Ach, doch, ist fertig. It's overcooked. Wie? Ja, dann gib zurück, dann esse ich das. Overcooked, Junge. Du bist cooked. Okay? Du bist cooked. Du bist auch overcooked. Okay? Mann. Zwei habe ich noch. Zwei habe ich noch. Ich stelle schon mal die Brötchen, die Brötchen. Ich muss aufpassen. Wenden. Was habe ich noch mal gebraucht? Da. Ist perfekt. Ist perfekt braun. Crispy braun. Wie Crispy Rob. Crispy braun. Wie Crispy Rob. Wartet, 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 Chat. Das Konoha-Zeichen, Chat. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Nochmal. Trinkt das. Trinkt das, hä? Wie gefällt dir das, hä? Ja, du bist jetzt die Wurst. Ja. Du bist jetzt die Wurst, hä? Ja, nee. So machen wir das jetzt einfach. Hier. Steck dir das in den Mund. I ass without lettuce. Du hast nichts gesagt. Junge, die wollte ohne Salat. Wo soll ich das wissen, Bruder? Ich habe nur noch eine Wurst, Bruder. Hey, hey, Mann. Ja, okay. Ohne Salat. Ohne nichts. Einfach so eine Wurst in den Mund stecken. Ohne Salat. Ich habe nicht mal mehr Brot wegen ihr. Sie gibt die nicht mal zurück. Sie isst die einfach. Zwei Hot Dogs schon gegessen. Kostenlos. Was soll der Kack? Hier. I don't ask for ketchup. Okay. Okay. Ich mache jetzt deine Hot Dogs jetzt. Okay? So. Oh. Ich habe nicht. Oh, warte. Okay? Yeah. Hot Dogs! Hot Dogs! Yeah! Hot Dogs! Hot Dogs! You can't. Yes. You get the Hot Dogs. Thank you so much. Look delicious. Yes! Kind problem. Yes. Yes. Here. Keep the change. Oh, thank you. Thank you. Bye-bye. Hello? Oh, man. Hello? He follows me home every night. I didn't know what to do anymore. Da sind die ersten Notizen, die wir finden Sie waren das Ich kenne sie Ich Das ist doch der hier, Chat Hey, Bro, I see your video Hey, man, hey Give me a burger with cheese, please, okay Please, nur weil du berühmt bist, heißt das nicht, dass du einfach sagen kannst, was du willst Burger, so, die mach ich auch immer drauf, die brenne ich auch immer ein bisschen an So, dann wollen wir mal Bisschen Fleisch 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 Zehn Jahre, ich bin hier Ich habe noch keine Papier Leute, was soll ich machen De Problem Ups Liegt nicht an mir Oh, es ist verbrannt Ist das erstmal so, so lange Ja, ist erstmal so, so lange Perfekt, auch mal wenden Warum ist so ein komisches Atmen hier hinten? Bitte sehr, you're a lifesaver Oh yes, my cheeseburger are the best Ich mag dich schon mehr als den anderen Typen Here you go Oh, mit Kleingeld bist du Oh, Trinkgeld, danke schön, Mensch Das ist ja lieb von dir Jetzt mach ich mir erstmal selber einen Burgi See you, Bruder, Digger Komm doch, geh doch so einen leichten Bogen Was gehst du hier so gerade entlang Mann, du hast mich erschrocken, Mann Was soll der Scheiß Give me coffee, burger and a hot dog Ja, but both with only ketchup Burger Coffee and a hot dog Hurry up, I have places to go Okay, ist auch noch frech Für dich mach ich sogar extra ohne Liebe Mein Bruder Weil du so eilig hast Liebe braucht Zeit, weißt du Both only with ketchup Without ketchup, ne, Chad? Nur ohne ketchup Nein, mit Both only with ketchup Yeah Aber das schmeckt dir Thanks, man No problem Which makes 20 Euro and 2 Cent You're the best Yes You did a great job I know, thank you 20 Euro and 20 Cent Wait Who's that behind you? Da ist keiner Was? Was? Er ist einfach abgehauen Wieso kannst du hier nicht rausspringen? Er hat das Essen geklau... Ich geb nichts mehr Ich geb nichts mehr raus Ich geb nichts mehr raus Was? I love the smell of rain Was? Okay One hot dog with lettuce and ketchup And the cold soda, please Ja, ja Aber nicht abhauen Warte, warte, Chad Warte, warte Ach Oh Kobi Hier schon mal die soda Okay Und Natak, ne? Und Natak war das Warte, warte, warte Hä? Man muss erst das Fleisch reinmachen Und Kobi Hattest du gesehen? Ja, mach ich hier mit links Weißt du Du musst die Musik erraten Die ich spiele, okay? Ready? Go Hattest du sie kant? Ja, 20th century Fox Du hast es erkannt Du hast es erkannt Oh, das Fleisch ist Ach, macht nichts Alles gut, ich mach direkt noch eins Guck jetzt, guck jetzt Achte Kobi Das nehm ich natürlich nicht, dass da hinten was da liegt Ah, hier war noch eins Das nehm ich Ja Lass uns ein Ketchup, ne? No problem Hey, kann ich dir etwas fragen? Ja, du kannst mich fragen, was du willst Aren't you scared, hier allein arbeiten, nachdem du, was zu dem letzten Mann passiert ist? Was ist denn mit dem letzten passiert? Was passiert? You don't know? Na? What happened? Er war mein Freund Wie? Die sagen, er ist verrückt geworden Er war dein Freund? Er hat Sachen gesehen Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe Habe ich wirklich die Angst in seinen Augen gesehen, okay? Er muss gehen, okay Ciao, danke schön für das Geld Boah, Bruder, nein, nein, nein Boah, Bruder Das ist doch nicht Wahr gewesen Hat sich das angehört wie Mois? Chat, seid ehrlich Hat sich das angehört wie Mois? Seid ehrlich, Chat, ich hab geübt, mein Gott Pop, Bruder Ich mach dir eine perfekte Burger My wife just left me Warum grinst er aber so? I need something to kill the pain Yes, I have, I have Give me five beers, cold ones Take this burger Take this Be careful with that Huh? Geh wieder zurück Ich hab kein, ich hab kein Ich hab kein Messer mehr Can I game with the Messer? Boah, Bruder 5 beer, okay, okay, kommt 1 Oh, nein, ich hab kein Bier mehr Das reicht nicht mehr Ich hab das Spiel verkackt Ah Aber die sind nicht kalt, warte Der letzte braucht noch eine Sekunde, okay Warum grinst du so? Deine Frau hat dich gerade verlassen Erzähl mir darüber Seine Frau verlässt ihn Er geht zum Kiosk und holt sich 5 Bier Chat Traurig, oder? Sicher Dass du Bier trinken willst Und nicht Dass du einfach mit irgendwem reden möchtest Ich bin hier für dich Ich, weißt du Ich brauch dir nicht Bier geben Ich kann auch für dich da sein, so Ich kann dir auch einen Burger machen Und wir reden ein bisschen, okay Ich mach dir einen Burger, Mann Warte, warte Dein Burger Dein Burger, Mann Was ist das denn? Ah Schöne gearbeitet Tag 2 Moin, moin, moin Tag 2 In dem Joint Noin, noin, noin Moin Ey Kleine B***, ich weiß, wer du bist Gib mir Hotdog und ein kaltes Bier Wie geht's dir wieder? Last time you ran off Und didn't pay Du hast nicht bezahlt Ich will dich wieder servieren Unless du pay Verpiss dich, Mann Habt du einfach zu servieren Dein Master Master? Du hast ein riesiges Fehler Sagen, du hast das Lachen Du hast das Ich sag's Er ist mein Master Du, du wirst Was du willst, Hotdog? Du kannst mein Zip in deinem Mund, okay? Ist er hässlich, Mann? Ich kenne ihn. Broder, das ist zu viel. Chat merkt euch das. Einer mit Salat, Ketchup und Senf. Und einer mit Käse, Salat und Ketchup. Ich habe kein Messer mehr. Vielleicht sind ein Messer. Hier ist noch eins. Ich muss ja direkt beide. Hä, bin ich dumm? Äh, Salat, Ketchup und was? Salat. Salat, zack. Ketchup. Wo ist Senf? Wo ist mein Senf? Okay, womit war der andere Chat? Käse, Salat, Ketchup. Gerne, Bro. Riecht wie ein gutes Burger. Es ist ein perfektes Burger, Bro. Danke für das Geld. Geld, Geld, Geld. Amasani. Es ist ein Witchmans-Worl. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufräumen. Bruder, immer wenn ich... Bier und Hotdog mit Mustard und Ketchup. Okay. Gern, Bro. Did you hear about the guy that died in a car crash yesterday? Nein. I heard his wife left him for another dude. Nein! Der Mann ist gestorben, den wir getroffen hatten. Nein, Bro. Er hat fünf Bier getrunken und er ist damit gefahren. Einfach, Chet. Und ich bin auch teilweise schuld. Ich hab ihm gesagt, hey, trink lieber keine Bier. Aber... Was soll ich euch sagen, Chet? Ich... Ich kann nichts dafür, weil... Ich... Ich hätte ihm die Bier nicht geben sollen. Aber ich hätte auch nicht wissen können, dass er direkt weg geht. Wisst ihr, wie ich meine? Eine hätte ihm helfen müssen. Ich bin teilweise schuld an dem... An dem... An dem Tod dieses Mannes. Ich habe... Die Polizei findet Alkohol in diesem Blatt. Nicht trinken und fahren, ich glaube. Ja, take care. Danke, Mann. Danke für das Geld. Mann, das... Ich komme! Hallo! One coffee, please. Gerne! I have to study all night. Yes! Kein Problem, Celtics. Also... Was? One coffee? Einfach nur ein coffee. Okay. Gerne. Mach's gut. Bruder, mach gute Videos, ja. Warte, hä? Gib the change. Er sagt Gruselvideos. Heidebra. Er macht euch immer zu viele Gedanken mit Videos, Chat Ernst. Er ist zu nett für diese Influencer-Welt. Ha! Diesmal hast du mich nicht erschrocken. Mann! Hi. One burger with cheese and a cold beer. Okay. One burger heißt das. Milan. Dankeschön für den Sub im ersten. Wir haben voll viele erste Subs heute. Oh, das hast du nicht gesehen. Guck mal, woanders sind, Junge. Ich will nicht angeguckt werden, während ich arbeite. nur Käse. Nur Käse. Dann noch den Stinkekäse von gestern. Eine cold beer. Och, Mann! Gerne. Hey, danke für das Geld. Danke, danke. Jo, 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 jo. Nimm das Messer. Hallo? Ist hier wer? Ich muss zur Stromversorgung. Mann! Wtf, Gänsehaut! Gänsehaut am ganzen Körper sogar am Schwanz! Ehrlich, was war das? Oh mein Gott, ich schwör auf alle Gänsehaut I kill you, okay When you wanna kill me Wanna hear a joke about pizza Witz über Pizzan Yeah Never mind, it's too cheesy Ein Coffee und ein Hotdog mit Ketchup Ich muss Hotdog Brot holen Und Fleisch Ah Hotdog Brot In der Luft gefangen, genau so mach ich das Ist schon verbrannt, nein Was hast du nochmal? Gerne Dank für das Geld, mein Freund Schöner Anzug, mach's gut Ciao, ciao Wir müssen ein bisschen aufstocken Fertig Tag 3 Day 3, Chat Money, 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 amazani Bich mit zani Oder? Wie fandet ihr den Chef? Ami, honey, honey Bich mit zani Lasagne I see you're still here, okay You must really like this job I hope it pays well Can I get the soda and the burger with everything? Eine soda Kriegen wir mal hin Und ein Burger mit allem Allem? Äh? Auch ein bisschen Jackson drauf? Wenn sie verstehen, was ich meine Sagen sie nicht allem und dann meinen sie das gar nicht, äh? Wir haben auch die Jackson Soße Was brauchen wir denn da hinten noch? Burgerbrot, glaub ich Ne So lange können sie ja mal meinen verbrannten, äh, Hotdog probieren Hier den auch Ja, gerne Können sie wegschmeißen von mich bitte einmal Ein Burger mit allem Okay, sie brauchen wir noch ein bisschen Los ist mal ein Messer Ich weiß schon, ob da noch was fehlt, aber ich glaub Ich hab sogar das Gefühl, jemand ist bei mir die ganze Zeit im Laden A lot of creepy people around here Ja, da sagst du was Be careful Da sagst du was Hallo? I see you Where? Who is this? Wer ist das? Why are you calling? Sleep with your eyes open Ich kann nicht schlafen mit offenen Augen Moin Hey man, can I get two cups of coffee? And a Hotdog with lettuce and mustard Na klarchen, Banerjantchen Aber immer Gerne Ein Hotdog Ich hab direkt draufgeschmissen Wie perfekt Wie perfekt Hier, bitte sehr Did you know that butterflies drink blood if there is an option? If there is an option Okay, danke für die ganzen Fakten, man I always found them creepy Here you go Ich find dich creepy, okay Und jetzt ab Man, dieser Laden Ich hab keinen Bock auf weitere Jumpscares Oh nein Ich hab's gerade gesagt Ich hab keinen Bock auf weitere Jumpscares Jetzt passiert was Ja, es klingelt und keiner ist da Nimm das Messer Komm doch Ich hab ein Messer Habt ihr gesehen, wie ich das Messer direkt geschmissen hab, Chat? Ich glaub, ich hab ihn getötet Ich hab den Geist getötet Ich hab das Messer instant geschmissen Alter Alter Nächster, bitte schnell Oh, ich möchte nach Hause Wann hab ich Schichtende? 12 Uhr? Eigentlich muss ich jetzt Moin, bitte Was willst du denn haben? Two Hotdogs With ledges and mustard Zwei Hotdogs Ich nimm natürlich den hier Hier, Nummer 1 Und wir haben sofort Keine Sorge Sofort für sie den anderen Bitte sehr Gerne Police found his body, by the way Von wem? Von dem, der hier gearbeitet hat? Ist er tot? My friend Report says he was stabbed over 50 times Er wurde 50 mal erstochen His body was in some bushes near the park Not far from here Nice, also war direkt hier auch noch Perfekt Mila ist eigentlich für den giftet Perfekt, oder? Geil He didn't deserve what happened to him Nice, ja dann ist okay Trotzdem No one does Keep the change and stay safe Danke Hello 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 Wir haben geöffnet Kommen sie Günstige Hotdogs Zelti Oh my god What? You see them too, don't you? Wen? What are you talking about? I can see the fear on your face You should quit this job It's not worth it Sie weiß was ist hier Give me a beer Maybe you should get one too Ich gebe dir eins Ich gebe dir eins Tschö Thanks And remember You are not alone in this I also see some things Stay safe Ja dann rette mich doch Bleib doch bei mir Bleib doch bei mir, Seltics Wir haben geöffnet 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 Wir haben geöffnet Schalalala Ich muss jetzt zu Ende singen, es tut mir leid Schalalala Wir haben geöffnet Schalalala Okay, I have another good one for you Wieder ein Witz Warum hat der Hotdog seine Frau geheiratet? Because she had great buns Just give me a beer And the burger with cheese Okay, okay Burger brauche ich kurz ein bisschen Wow Hast du das gesehen, Thomas Müller? Alter Junge, was zu Ey, mein Herz macht das nicht mehr mit Haben wir noch Käse? Okay Hier ein Bier Ich kann das nicht mehr Ich muss quitten Lass mich gehen Ich muss quitten Ich muss diesen Job quitten Ich will hier nicht mehr arbeiten Ernst Lass mich gehen, bitte Ich bin genau hier Keine Sorge Direkt hier gewesen Jetzt kommt der Jumpscare Bereitet euch drauf vor Ein Geschenk Oh nice Ich wurde in die Luft gesprengt Ist das krass See you Hello Please I Just Miss